Wer ist das mit den roten Spinnern da vorne dran an der 88? Da fliegt er noch den zweiten Herr rechts. Kilo hat rot. Gehen wir auf die rechte Seite. Ist rechts? Ja. Liegt da. Würde ich sagen machen wir bei Fort Level Angriff und den Dings machen wir dann Sturzangriff. Oh das hört sich doch super an. Oh Sturz haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Oder wollen wir gleich fortstürzen? Ist es nicht Tangenmeer? Ne Tangenmeer ja. Oh siehste. Guter Hinweis. Ist es nicht besser wollen wir jetzt sofort stürzen? Ja. Könnte ich machen zum Absprung alle. Äh. Ich finde bei dem Bomber sieht netter aus. Ich zähle jetzt tatsächlich 2, 4, 6, 8, 10 gell. Ja ich bin jetzt die vierte. Ich bin jetzt die vierte. Habt ihr da vorne bei den Fährungsbombern die Höhen stabil drin? Nö. Wir steigen ja gerade weiter. Also wir steigen bis 4000. Fliegt aber schön eng. Wer ist denn der zweite Mann hier vor mir? Wo sind wir noch hin? Kann keiner von uns sein, ne? Also ich bin direkt hinter Wido. Ich glaube D-Rock fliegt da noch mit hier, ne? Fliegt schön eng. Wir kommen. Frag doch mal im Chat ob das D-Royk ist. Da freut er sich. Kondens 12 Uhr überhalb. Aufpassen. Oh ja 3 Stück. Witter auf 3 Uhr eher. 3 Uhr passieren die. 3 Uhr der Bomber. Oh ja. 4 Stück. 4 Stück Kondens. Boah das wird richtig übel. Äh die drehen ein. Die erste drehen ein. Melst mal den Cassius Leuten. Enemy, enemy. Was habt ihr denn vor im schlimmsten Fall? Spitfire enemy. Gehen wir nach unten oder? Äh rückt bitte nah an die Bomber ran erstmal. Warte mal wie hoch sind wir? Bleibt auch schön ein bisschen natürlich. Aber schön nah ran bitte. Bomber eine Formation und Level haben sie aus. Die ersten zwei stürzen jetzt massiv runter. Er seht ihr sie alle oder? Die Rotte Oxyt pass auf ihr macht nix. Nicht da. Dürfen wir ran. Ich komm jetzt bei euch rein. Was heißt ran die stürzen auf euch? Auf die Bomber oder auf die Jäger? Gehe ich noch nicht. Ja auf die Bomber. Ja. Gehen auf die Bomber durch. Beim ersten Mal können wir sowieso nix machen. Ja. Ja aber wer soll reingehen? Ja jetzt gehen natürlich alle rein bei den vier. Ja geht rein. Alle rein ja? Ja Viktor. Äh Heule wir haben einen hinter uns. Da ist wenn sie nah sind. Einer kommt rechts an. Einer kommt rechts an. Einer kommt rechts an. Heule weg. Heule weg. Die sind nah. Mal weichen aus. Bei den hinteren drei. Tschüss. Ah einer rauf schon. Einer hat es zerlegt. Vorsicht Führungsmaschinen. Vorne ausweichen. Ausweichen. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Weniger als 109. Also. Garner schießt wieder. Hier links bekommen noch was. Ja ich hab was bekommen. Vorne zieht noch einer durch. Auf den linken. Auf die Führungsmaschinen. Vorsicht Führungsmaschinen. Ausweichen. Ausweichen hier vorne. Ausweichen. Ausweichen. Ok. Und jetzt ran Jäger. Nochmal dürfen sie nicht rankommen. Bin an der einen Spitrand. Kriegt euch den auch an einer. Bomber. Formation halten bitte. Bomber hinten rechts hat sechs. Sechs wird weg über Rollfahrt. Vito was machen wir? Formation halten. Nicht auseinanderziehen. Es kommt wieder einer von uns. Schieß den weg. 109. Der mit Wasser. Schieß drauf drauf drauf. Gut sich übernehmen. Ich bin raus. Motor steht. Motor steht. Super gemacht. Der in der Roll. Aber der hat keinen Motor mehr. Geht runter. Ok der geht runter. Ja ich krieg grad. Ordentlich die Hucke voll. Springt in die Gunner wenn die Bomber runter gehen. Ich muss dann nach hause. Ich hab Öl. Ich hab Wasser. Ich hab alles. Dann springt doch ab und geh in den Gunner rein. Jo. Oh aus Spitzfall. Ah. Ja das ist doch die die grad mich voll geschossen hat. Jetzt schon Öl. Dann Jäger wenn der jemals noch höher hat ran bitte. Jo. Versuchen halt an die Hörchen ranzukommen. Vorne rechts sind die. Vorne rechts sind die. Noch mal. Ich ram ihn. Ich ram ihn weg. Oh. Treffer Treffer. Vorsicht denkt noch an Vito. Die zieht grad hoch die Feindmaschine. Hier. Wir ram ihn jetzt weg das Arschgesicht. Ja die Jäger. Die hintere Neger scheinen eher auf die kaputten Maschinen zu gehen. Nicht auf den Bomberpulk an sich. Sind es denn noch viele? Ah ich seh zwei hinten rechts. Oder eins steht's. Zwei Maschinen hinten rechts die auf die Bomber gehen. Ah bei mir auch gleich. Ich muss sie gleich abspüren. Die letzten auf die eine qualm ne. Nicht alle auf die kaputte gehen die macht doch nichts mehr. Es fällt ja da zu dritt noch auf die. Nein auf die kaputten Bomber. Nicht auf die kaputten Jäger. Nein ich mein hier die. Eine 109 flach hat eine 6. Vorsicht hinter den Bombern. Hallo vielleicht so 30. Haben sie ja Personen beschädigt? Ja. Macht mal wieder Ordnung bitte Jäger. Es dürfen nicht mehr so viele Feinde sein. Und die hier sollten eher hinten sein. Ja 109 jetzt in der leichten Rollfahrt 6. Genau du. Hallo 25 etwa. Ja ignoriert die. Die muss sich allein retten. Kommt zu den Bombern bitte wieder. Wenn sich einer meldet. Kommt zu den Bombern bitte wieder. Wenn sich einer meldet. Kommt voll zu den Bombern. Haben da sind leider einige befehligt. Ich glaube dann schmeißen wir doch alles auf Dings. Ja. Ja ich spiel mal auf. Okay. 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 Ich seh grad den Absprungpunkt auf 11 Uhr tief. Okay. Müssen wir so auf 1 Uhr gehen. Oh die Tirok hat's erwischt. Ich befürchte ehrlich gesagt dass die Jäger dann nochmal aufsteigen werden gleich. Kondens hinter den Bombern. Dreh ein hinter den Bombern. Viktor. Stimmt. Ein Einzelflieger gell. Viktor. Find Marfine wie's aussieht. Ja einzelne Speedfire. Kommt runter. Hat jeder Sicht auf die? Er ist jetzt nicht mehr auf Kondens. Speedfire kommt von Kondens runter. Geht auf den Jagdschutz. Könnt ihr ein Speedfire auf die linke Seite geht die ja. Ich drehe mal leicht über Lisa weg. Ist da auf die Jagdschutz? Ja 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 ja. Ist schon gut. Noch ein Kondensler. Kommt ein oder Bomber heran. Du hast 6. Du hast 6. Der schluss auf dich. Pass auf. Victor. Die Speed zieht einfach Vorsicht. Pass auf. Geht auf euch jetzt. Viktor. Spit kommt runter. Boah nicht trudeln Freiheit. Aber ist vorbei erstmal. Nein. Aber Eule. Könnt ihr die Speed übernehmen? Die zweite die runterkommt? Balthazar oder wer sieht sie? Unsere geht wieder hoch erstmal. Die andere bleibt erstmal oben. Sind noch beide jetzt wieder hoch gegangen. Bleibt bei den Bombern bitte nah dran. Macht nicht zu viel Höhe. Das macht sowieso keinen Unterschied. Ob da ein paar Meter mehr sind oder weniger. Die sind beide wieder auf Kondens jetzt. Orientiert euch mal. Dass wir die dann aufteilen im Notfall. Und schön nah bei den Bombern wie gesagt. Die eine kommt wieder auf den Kondens runter. Die über den Bombern. Ja passt im Moment noch alles. Auf die Bomber geht im Moment noch keiner. Ja. Die andere westliche kommt auf. Kommt gerade ein Spitfire rein. 7 Uhr gemeldet. Mit dritter oder was? Kommt runter. Direkt auf Höhe der 6 der Bomber. Ja. Dann geh rein bitte auf Süd wenn du sie siehst. Ja. Ropsen. Ich komm auf Höhe der. Zurück. Rotte Balthasar sieht sie. Wir gehen rein. Die 6 auf der 6 der Bomber. Ach die ist doch in der 7 der Bomber? Ja ich drück drauf an. Ja dann lässt es die doch nicht. Ne dann lässt es die doch nicht. Ne dann lässt es die doch nicht. Ich sehe sie. Ich versuche sie anzukehren. Ich geh jetzt auch rein. Aber der hat nichts getroffen der Typ. Ja so ich glaube als ein Bomber hat er getroffen. Doch zwei Bomber hat er beschädigt. Ne einen glaube ich höher. Zwei. Oh Gott. Nochmal neue Piraten auf Südburg gemeldet. Ja. Ich bin dran an der. Ah bin raus. Alter sei hängt jetzt hinter. Seid weg. Hart über Lisa. Was ich an Screenshots hab so. Jojojojojui. Hab ne 6. Ich bin wieder ran Jäger. Wir haben jetzt mehrere Fight-Maschinen wieder. Zu viele leider. Sind da welche hinter dem. Bomb-Bahn noch? Warten sie gerade trifft auf die Spahn. Ach wer bleibt noch? Links kommt einer ran. Links links. Da ist wieder einer an dem Bomb-Bahn dran. Stürze rein. An den hinteren. Die ist 109. Nicht so lange warten. Ja sie ist doch gleich in dem Bomberplatz. Ach. Mann, Mann, Mann. Der braucht jetzt auch nicht mehr folgen. Der geht runter wie es aussieht. Wieder hoch zu den Bombern bitte. Ja passt auf. Die beiden hohen Speedies sind da noch irgendwo. Ja. Ja aber weit von den Bombern. Wir haben leider nicht mehr viele Bomben in der Luft. 5,6 Kilometer. Fürs Ziel wird es nicht mehr erreichen, ne? Ja. Wir haben leider recht. Ja. Ja. Ich glaube ne Hörri oder ist es eine Hörri auf der 5 Uhr? Orientiert euch an den 3 Führungsbombern bitte. Die leicht höher sind. Die verwundeten sind egal. 6 Uhr gemeldet. Aber ich wurde gerade von ne Hörri angegriffen. Wir sind ungefähr 5,6 Kilometer hinter den Bombern. Ja zieh nicht raus. Ne Hörri ist zu langsam. Tauch runter und zieh die weg. Aus Kondens kommt jemand runtergestürzt hinter den Bombern. Aufpassen. Ne Spit kommt hinter die Bomber ran. Die sind zu weit weg. Wie hoch? Und dann welcher Bomber? Ja ich sehe sie. Aber ich habe leider nicht die Energie. Die kommt direkt hinter den Bombern sehr weit höher ran. So ungefähr. Ja ja ja. Ist ungefähr anderthalb Kilometer dahinter. Viktor die sehe ich. Da dreh ich rein. Ich bin dahinter auf der an 5 Uhr. Ja ich sehe. Aber komm halt nicht schnell genug ran. Ich kann aber mit den Gs vielleicht noch schießen. Zwei Spitze hinter den Bombern. Zwei Spitze hinter den Bombern. Zwei Spitze hinter den Bombern. Ja ich fall drauf auf die. Die der in der 6 ran kommt. Zwei Spitze hinter den Bombern. Er schießen da auf 2 Kilometer. Das bin ich. Ich versuche sie abzubringen. Ja ich komme jetzt kurz da grad rein. Ja er kommt da zu zweit rein grad. Ja ich siehs gleich. Was ist das? Na 20er zurück weg. Erstmal ich lass die. Weitere kommt rein. Ja weitere. Fuck wo kommen die alle her? Ist der Wahnsinn. Achtung ist gleich in den Bombern drinnen. Bei den vorderen oder was? Ne die sind auch an den 3er verbunden. Eine schießt schon drauf. Eine 109. Das bin ich. Aber der hat jetzt abgebrochen. Ich geh jetzt auch nach oben wieder. Sehr viel Ropzen. Deck. Ja der dreht erstmal. Macht den Vollkreis. Der von Ropzen. Hinter den Bombern minimal erhöht. Wer da grad die Spit mit Wasser verfolgt. Oh der Spit auf 2 Uhr. Jetzt wollen wir auch. Naja die sind überall hier. Ja das bin ich. Ähm. Jeder der freist bitte immer direkt zu den vorderen Bombern wieder ran. Reist gut noch. Eine 109 kriegt 6. Ganz hinten. Frag die hoch dir so was er macht. Das hilft mir. Das bin ich. Ich versuch dir zu helfen. Okay. Sind wir weiter über Lisa. Lässt ab. Ich versuch's. Hurricane hinter den Bombern drückt grad an. Ist weit hinter den Führungsbombern aber. Ich versuch's. Okay kommst du ran Karaja? Ich versuch's. Ich weiß nicht was die Hurricane grad macht. Ja die drückt auf die Schiffe runter interessanterweise. Setzt sich auch eine 109 Grad glaub ich dahinter. Hansjahr sag doch den Russen wenn sie abgefossen werden dann soll sie bei euch vorne reinspringen. Ich seh die Höré. Ähm ich bin über hier. Ist jetzt über den Schiffen. Über den südlichen Schiffen. Ja. Da ist aber eine 109 dahinter schon. Wer ist denn hinter der Höré? Ich seh keinen. Ich fall drauf. Hat grad geschossen. Der war dann Melle doch bitte. Nicht meine nicht meine. Äh die vorderen drei Bomber. Oder? Es dreht da rum. Wir versuchen wieder zu den drei Bombern abzuschließen. Macht das. Ja ist immer gut. Ähm. Ach wir haben sogar zweimal drei Bomber noch gell. Die Bomber die drei rechts kriegen sechs. Ist da. Da kommt eine 109 ran. Schieß mal bitte. 109 schieß. Super. Helomoto 2. Alles gefallen. 109. Der Speed hätte auch früher schießen können. Das war der TUI. E3. Ich hab nur die ganze Zeit gefossen. Ich bekomme 6. Ich geh nochmal die Speedy an. Die du grad warst. Ne die ist so wichtig. Davor ist doch eine. Die ich jetzt grad angesehen. Ja aber da bin ich noch zurück weg. Boah wir haben vorne. Ähm Hansi halt wenn ihr könnt drückt an und versucht die Bomben irgendwie zu zumeißen. Hier kommt keiner mehr raus. Habt ihr schon trockene Füße? Gleich. Äh 10 Sekunden. Bist du da jetzt an der dran Karaya? Ja ich bin grad durchgegangen aber. Übernehmen. Übernehmen. Geh weiter. Leider nur leichte Treffer. Habt ihr einiges mitgegeben an MGs? Oh fuck ey. Da runter ist noch ne Feindmaschine. Die geh ich an. Hinter und unter der Speedy. Ganz tief oder? Ne nicht ganz tief. Und in der Bestimmung ist ein weiterer Spitfire. Doch ist hier eine tief an dem Bomber dran. Da geh ich mal drauf. Ihr flitzt ja alle runter an sehr hart. Und Hurrikan zusammengeschossen. Ja Viktor. Geht runter alle jetzt. Die sind ziemlich tief schon alle die Bomber. Einer flach an der Küste hat 6. Ich glaub da kommt ne Hurrikan in deine Richtung. Geh in Spitfire rein. Direkt aber grad hoch. Meine 6 ist frei. Ich bin flach mittlerweile hier an der Küste. Ja pass auf. Wir sind direkt an der Küste. Zwei Hurrikanes. Die eine hab ich eigentlich schon zusammengeschossen. Die andere fliegt aber noch ganz gut. So Bomber. Boah Selsie Point ist noch ne Hurri. Die sind aber Opano. Ja ignoriert die. Kommt bitte wenns geht nach Tangen her. Relativ tief alle. Bleibt alle oben nicht. Ähm. Ist keiner mehr oben. Oh gsült ist das der Flu... Ähm. Oh ich hab ne Speedrun. Du hast ne 6 Karten. Ja ich sehs. Ja ich sehs. Ja. Schräg Blöhn Horedo. Ein Bomber Pylon du fachst es noch oder? Ja ich schaff doch. Äh. Kann mir jemand die Speedup nehmen? Ja du hast gleich 3 hinter dir. Ne. Da ist eine hinter dir. Ne eine die hat Wasser. Ja ja. Oh ich wurde grad zusammengeschossen hier. Westley. Westley. Ne folgt noch. Aber ich zieh sie mal. Aufdeckt fast. Nicht klar. Oh der Start hat fast. Der Start hat dann. Ja das war Wahnsinn. Wie du 50 Meter vorm Schiffen ins Wasser getaucht. Alles ab. Dankeschön. Ah AB6 direkt an der Küste. Ah sehr argerlich. Sehr sehr argerlich. Wer hängt an der Speed? Link. Da sind noch tief am Deck auch noch Kontakte. Nicht zu lange dort herum verweilen. Okay klar. Okay der haut ne 88 ab. Wagerweise 0 wo seid ihr? Ja. Ah Selsie Point Spitze ist ne Hurricane die grad nach Norden fliegt. Hallo 15. Weil Selsie Point ist viel zu weit weg. Komm doch mal ran bitte wenns geht. Lass die scheiß Hurries die irgendwo weg sind. Wir sind bei Tangmere gerade alle. Beziehungsweise da sollten wir alle sein. Flach. Die Bomber ziehen sich schon raus übrigens. Also die ein zwei die noch da sind. Ja ich nehme sie bei der Küste in Empfang. Taggermeer ist kaputt. Ähm Hansi hat wer jetzt noch von euch in der Luft? Ja das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss mal nachfragen. Ja. Warte ich hab hier noch eine ARFAC 1,88. 1,88 direkt an der Küste bei der Stadt. An der Küste bei der Stadt Victor. Da versuche ich zu helfen. Ich komme jetzt vom Süden herein. Da sind zwei Maschinen dran aufpassen. Ja sag ich ja. Drei sogar Karaya. Victor. Äh Kassius muss er das sagen. Jaja der ist leider schon beschädigt. Die hat Wasser. Die Spitti. Ich geh gerade auf die Spitti mit Wasser Karaya. Wenn du auf eine andere gehen kannst gerne. Ja ich fast ja. Ich geh auf eine ohne Wasser da unter mir direkt. Ich kenn das aus. Hab ich denke ich was mitgegeben. Ja Motor ausgeschossen glaube ich bei dir. Oh jetzt kommen zwei Flick. Zwei Vorsicht Karaya. Zwei Flick hinter der. Eine folgt hier in der Lisa wie es aussieht. Aber hat nicht Energie denke ich. Cody bist du schon in der Luft ja. Ich geh nochmal auf die sechs. Victor. Ja die hat aber keinen Motor. Die sollte nicht dahinter her kommen. Also lass die einfach. Oh irgendwer ist brennend geschossen. Ja. Uiuiui was war das? Oh fuck ich werde selber ihn noch befossen. Schock dafür. Ich hab sechs beim Bomba. Zwei Sechsen. Ah ja ich sehs. Ich versuch dir zu helfen. Gerne. Du hast mal gut drauf gehabt. Hier Logo wo seid ihr? Oh du hast drei Sechsen. Ja. Uiuiui. Ok ich komm rein gestürzt. Ich geh auf die Hurricane. Gerne. Ich halte mal kurz ruhig. Einer hängt noch mal. Oh brennt. Oh Redo danke. Sehr find sie geil aus. Du kriegst selber sechs. Ja ich sehs. Wenn du kannst überrollen. Ich zieh ihn vor deine Kanonen. Ich kann nichts machen. Ich bin ja schon zu stark getroffen. Ja ich komm von oben runter. Nur ein Stück weg. Er hängt noch. Er hängt. Powerhub auf. Das geht irgendwie. Dahinter kommt nämlich noch einer auf mich rein. Vorbei an mir. Geht jemand auf die Speed? Vorbei. Ach zu schnell. Ja ich bin mit der Speed hier am Deck. Ja ich komm dahinter rein. Zehn Sekunden dran. Ich geb einer noch was mit. Oh ja ich sehs. Dankeschön. Ja. Bleib schnell. Bleib schnell. Bleib schnell. Nicht kursen. Und noch eine 6. Rad dreh drum. Kurve mit der noch. Dann kommt die so schnell nicht mehr an Cassius ran. Na noch ich auch nicht. Ja ich seh dich du hast 6 aber. Ich? Ja. Du hast 6 grad. Alles gut. Nur ein großes Leck. Du hast doppelt 6 sogar. Oh oh. Ja ich häng noch an der. Da kommt aus dem Norden noch eine Feindmaschine rein. Ja. Ich muss ja sowieso gleich. Ich komm halt hinter ran. Oh die haben sich fast gerammt. Ja. Du hast eine Hurricane anzugehen die grad bei den Bombern dran geht. Pilot killed. Oh ich brenn. Hoedo. Absprung. Hoedo. Versuch den Bomber zu retter. Für wenn einer durchkommt. Muss abschrengen. Kriegt bald Besuch. Wer ist denn zuletzt in der Luft? Ist es noch Cassius? Da spring ich dann über den Bomber rein. Wo ist denn das hier? Ach. Wer ist denn das hier? Wer ist denn noch in diesem Gangway in Thorwald? Cassius ist raus. Ja ich bin auch da. Du ziehst zwei kann es sein. Bei den Gangway ziehe ich grad. Nee. Ich komm rein. Okay Stecker. Ah stimmt. Ich komm von Westen rein. Jetzt hab ich eine dran. Ja. 6. Ich bin an Deck und flieg Richtung Westen. Ah ich sehs. Die voll... Wow die folgt eine ganze Horde hier. Einer Wasser geschossen. Ja. Danke. Ja zieht euch doch aus. Nix mehr glaube ich zu retten. Wow. Okay. Ja. Los hier. Was für ein Irrenhaus hier. Dass die uns so früh schon gefunden haben. So'n Scheiß. Äh. Wahrscheinlich die Jäger über Top 7 meint's ja. Ja aber halt so weit. Wir waren doch noch ewig weit über Wasser. Ja. Ja. Die gucken was wir fliegen. Ju-8-80. Dann gucken sie wo gibt's Ju-8-80 an der Fliese. Na das stimmt schon. Äh du hast leider noch immer zwei Sechsen. Aber ich kann nicht wirklich viel machen. Ich hab keine Zwanziger. Naja. Lang machst du die Maschine eh nicht mehr. Ich hab dir zwei oder drei von der 6 geschossen. Da war ein ganzer Zirkus dran. Äh eine lässt glaube ich ab gerade. Eine bleibt noch dran. Die versuche ich anzugehen. Ja. Ja. Was besteht denn jetzt los? Wirklich auf Stukas. Ah du bist grad rein oder? Ja. Wär ganz geil wenn wir da Ziel eigentlich kaputt machen würden ne. Ja. Aber nochmal 88. Ich mein so wichtig ist mir das Ziel auch nicht. Wahnsinn. Die kann ja auch kaputt. Vor allem ehrlich ich mein das wird wieder genauso werden. Die werden uns wieder früh sehen und dann halt mit allem angreifen. Ah das macht doch keinen Spaß. So doch Spaß machen auch. Krieg. Macht keinen Spaß. Da ist der Summe. Bleibt immer gleich. Das tappen wir von uns in der Luft. Ne ich glaub nicht. Ja doch ich bin schon noch in der Luft. Ne wir suchen euch gerade. Air Spawn. Air Spawn habe ich auch gemacht. Ja wir mussten nach Spawn. Sind hinterher gekommen. Sind ja südlich. Ein ganzes Stück südlich vor Ort. 10-15 km südlich vor Ort. Ja und sind hier zwischen den Schiffen und vor Ort. Ist noch nicht mal ganzes Wespennest am Deck. War ich ziemlich jetzt auch gerade raus. Ich versuche hier. Ja. Bei den Schiffen dann zu landen. Komm noch in die Richtung. Oh. Tang mir. Ja. Ist kaputt. Hat sich wenigstens doch gelohnt. Komm noch in die Richtung. Ja. Aber ist nicht auch fast noch recht. Ja ich hab eh keine Sex. Gut gemacht die tapferen Bomber. Die sind alle tot. Ja. Aber tapfer war der. Bis zum Glück. Wir hatten leider kein Mittel gegen die Advanced Suicide Tactics da. Aber. Ich kenn mich jetzt in zwei dran. Bin gut hinter mir aber. Steigen. Ja. Wie weit erst licht der Schiffe? Ähm. Fünf Kilometer würde ich sagen. Aber ich bin frei. Die haben umgedreht. Ja weil ich hinter denen jetzt bin. Okay. Dann komm ich jetzt auf. Ich hab sechs. Okay. Au ja. Ich hab schon Wasser. Ich hab schon Wasser. Passt auf dort. Ich hab jetzt vier hinter mir. Vier Leute hinter mir. Achtfach sechs ja. Geht dort nicht aufs Deck runter. Das ist ein riesen Wespennest. Äh. Da kommen halt immer welche von vor Ort nach. Äh. Der Zug ist schon abgefahren. 10 Minuten für den nächsten Einsatz. Ja. Finde ich gut. Werne? Heil. Wo ist der Komotor eigentlich? Ja. Dann frei. Keine Ahnung. Hab Wasser. Ich werd abspringen gleich. Ich hab zwei. Ja. Bin auch in zwei Minuten. Du Triletter. Nein. Hahaha. Du hast gerammt oder wie? Nee. Ich hab nach hinten geguckt und hab mich dabei in den Boden gerammt. Pff. Ach. Das kenn ich. Du hast gerammt oder wie? Te aggraviert. Pff. 어요. Du hast gerammt oder wie? Da lösen.